Guten Abend, Jonathan. Kommen Sie rein. Guten Abend. Wie geht's Ihnen? Danke. Die ist für Sie. Sie haben es nicht vergessen. Wie lieb. Bitte, wollen Sie sich nicht setzen? Vielen Dank. Sie haben anscheinend eine Vorliebe für Kerzen. Ja, das ist wahr. Eine große Vorliebe. Am liebsten mag ich die roten. Ich hoffe, Ihnen gefällt das. Ich habe uns was Leckeres vorbereitet. Haben Sie Appetit? Dann trinke ich auf den Zufall. Während ich das Essen anrichte, können wir uns doch weiter unterhalten. Ja, natürlich. Gut. Ich weiß sehr viel mehr über Sie, als Sie sich vorstellen können. So, zum Beispiel? Ich wusste von Anfang an, wer Sie sind. Und das in Ihrem Büro war dann kein Zufall mehr. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich wusste ja nicht, wie Sie reagieren. Es wäre jedenfalls besser gewesen, wenn Sie die Wahrheit gesagt hätten. Da haben Sie recht. Ich finde, wir sollten beide die Wahrheit sagen. Nur eins ist wichtig. Dass Sie jetzt hier sind. Und was zwischen uns beiden ist. Wichtig ist nur eins. Ich weiß, dass Sie hier sind. Bei mir. Nur das zählt. Robin, ich... Nein, sag nichts. Küss mich. In Thy Hero Great Damit ist nur eins. Ich sage nicht, dich lähde. Und wenn Sie da sind, ... Eian, die wait. Nein, ich hoffe nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielen Dank.